River City und nochmal Willkommen zu einer weiteren Runde MechWarriorOnline. Es gab einen schönen Patch, bei dem das Katapract eingeführt worden ist, am 20. November. Katapract, für alle die ein bisschen sprachverliebte sind. Ich fragte die, dass das andere in die Knoße angeben. Auf River City habe ich mit dem Drachen in den letzten Tagen so schön abgesahnt und da gab es so schöne Kills, ich ärgere mich immer noch, dass ich da nicht aufgenommen habe. In welchem sitzt du jetzt eigentlich? Erst hab ich den Janna wieder. Achso, okay. Wo gehen wir lang? Äh, ich bin mal dafür, ja, da du im Kommando bist, gehen wir mal links. Okay, dann muss ich rüberkommen. Ich hab, wie ihr vielleicht seht, auch gerade meine Konfiguration geändert, ein paar mehr Heatsinks rein und dafür drei Medium. Bist du runtergesprungen? Nee. Ja, aber ich hab meine Sprungwiesen leider zu spät gesendet. Gut, ich komm mal links hinten rum. Äh, ja, ich hab drei Medium Laser eingebaut, die Puls rausgerissen und dafür noch zwei Heatsinks extra rein, weil irgendwie ging mir das auf den Sack, dass ich mal so schnell überhitzt bin. Mhm. Ich spiel hier mal Beobachter auf dem Turm. Seh dich schon. Tja, Kollege, das hast du voll verpeilt. Hehehehe. Er hat's versucht, das musst du ihm lassen. Ja, er hat's versucht. Oh, ich glaub, ich seh da grad schon den ersten Kadarfrack, Stil C. Und ich seh auch Raketen, die auf... What the fuck? Wir haben da was? Oh, ich hab ein Gebäude. Oh, für Kopterling. Was hast du denn da? Ein Kommando? Ja. Ach, siehste. Ich hab meine Waffen noch gar nicht konfiguriert. Ich hab den Jenner zwischenzeitlich umgebaut gehabt. Oh, noch ein Jenner. Ja, sehen. Ich komm mit der Geschwindigkeit gar nicht mehr klar, nachdem ich den Dragon so lang gefahren hab. Yeah, baby. Ah, shit. Da ist das Kadarfrack. Na, der hat den... Oh, das sieht ja echt schön aus. Ich muss hier mal ein bisschen weg irgendwie. Ich hab schon massiv Schaden. Ja, definitiv. Ähm... Ja, der Kadar hier ist, äh... Wird das wehtun! Fuck! Das sind zwei von der Sorte! Und ein Atlas! Und ein Atlas! Und ein Atlas! Juhu! Schöne Raufwolke hinter mir, Herrsin. Und was haben wir denn da drüben? Ich lauf zum, äh... zum Außenposten zurück. Ja, da ist ein Jenner hinter dir, glaube ich. Ja. Und der Kommando ist mir gerade entgegengekommen. Okay, der Jenner weiß, wie Raketenauswahl hin muss. Hier ist ein Kommando bei uns hinten drin. Den werde ich mir ja mal eben kurz schnappen. Hoffe ich jedenfalls, weil der lenkt unsere Leute ab davon, uns zu unterstützen. Da ist so kleine Made. Das war ein sehr schöner Treffer mit den Impulslasern. Leute, ihr könnt euch nicht von einem einzelnen Kommando so ablenken lassen. Er leckt sich hier ein durch die Gegend, das ist das Problem. Und der ist auch runtergefallen. Na, trotz Lack wird er gleich sterben. Achtung, Zweiter Kommando. Wie kommen hier jetzt gerade alle die Leute? Was haben wir da? Ein Hunchback. Wo ist denn der Penner hin? Keine Ahnung, ich habe ja schon wieder einen Cutter an der Schnauze. Ah, Scheiße! Der hat die fiese Doppel-AK-Variante. Wo denn? Ich sehe den Cutter nicht, den du am Arsch hast. Ähm. Ziel H ist in G6 drinne gerade. Und ich habe den Kommando hier auch wieder. Ich bin jetzt gar nicht mehr so gewohnt, dass der mich so schnell ist. Oh, da ist ein Jenner, der schwer angeschlagen ist. Ziel D. Sehe ihn. Brennen wir dem Typen doch mal kurz in seinem Center-Torso raus. Da passt den Cutter nochmal eben an. Wo ist denn der hin? Der Jenner. Ah! Fuck! 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 Zu viele Mechs! 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 Was haben wir da? Ein Cutter-Frank noch. Mit schwer angeschlagenem Torso. Das nehme ich mir doch mal gleich zum Anlass. Ich gehe mal nach H6. Der lässt sich hier gerade von einem anderen Jenner so Stücke schießen. Da ist der kleine nervige Kommando. Ach, Scheiße. Ja, ich habe hier gerade einen nervigen kleinen Kommando am Hals. Wir haben ja zwei von der Sorte im Weg mit dem. Linkes Bein ist gefräst. Jetzt vermisse ich natürlich meine... Ja, Kommando, das ist jetzt ein Fehler gewesen. Na, vielleicht auch nicht. Ups! Das war jetzt ein Fehler von mir. Hier ist ein Gauss-Hanschi. Und hier kommt auch ein Atlas gerade reingelaufen. Au! 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 Jetzt habe ich gerade gefressen. Okay. Der Cutter hat einen Arm verloren. Da ist ein Medium Laser und eine Ultra-AK5 weg. Ah, ich habe den Kommando an der Backe. Das ist ganz schön traurig. Fuck. Am Arsch. Ja, wie ich schon sagte, ich bin nicht so erfreut darüber, dass die Streak-SRMs jetzt wieder mehr Schaden machen. Jetzt habe ich zwei Cutters und zwei Mandos am Hals. Das geht nicht. Ich hau ab. Zielerfassung. Wir brauchen mal eine Zielerfassung. Hatte ich gerade, aber... Da haben wir noch was. Ziel F. Atlas. Ja, den habe ich gerade hier drin. Ah, da ist noch was gewesen gerade. Oder was? Warte mal, lassen wir mal eben durch. Noch ein Cutter vor ihm. Komm, Atlas, dreh dich um. Ich bin mal gerade woanders hin. Atlas down. Atlas down, okay. Ich komme wieder nach oben zurück. Du hast noch hinten auf CB ein Hunchback. Ja, hier ist ein Gausser-Frack. Oh, Lampe. Gut, dass er nicht treffen kann. Gut, dass er nicht treffen kann. Nein. Ah, fuck. Der hat mich mit seinem Gauss-Gewehr erwischt. Ich bin kurz festgehangen gewesen. Hinten geschält. Du kannst dich hinter ihn setzen. Oder ich mache das eben. Komm, den kriegen wir. Achtung, der Gausser-Frack ist hier noch in der Nähe. Ja. Der ist hinten bei der Rampe. Scheiße, das geht gar nicht gut. Ich kriege den, ich kriege den, ich kriege den. Au. Au. Ja, der ist tot. Gut. Was haben wir jetzt noch? Hier ist ein Gausser-Frack gewesen und da noch zwei weitere Frakte und zwei Kommandos. Bloß wo ist die Frage? Da hinten sehe ich was. Da ist Ziel A, das ist ein Kommando. Holen wir uns den mal irgendwo. Und einer kommt vom Wasser aus. Da kommt er. Ziel A nehme ich mit. Ich werde das nicht überleben. Ich kriege hier nämlich gerade alles rein und mein Bein ist im roten Bereich. Das war es gleich. Ich versuche sie mal wegzulocken. Die werden nämlich mehr auf den Savage haben wollen, als so. Den einen habe ich abgelenkt. Okay, der Sack ist tot. Die Drecksau mit den Dreckigen. Ja, das war mein Bein. Das war sein Bein. Kleine Mistratte. Okay, einer ist down. Aber der andere bin ich gerade hinterher. WTF? Nein! Ich hätte fast... Wer hat mich denn da erwischt? Wer hat mich denn da erwischt? Können wir das mit mir erklären? Was hattest du bekämpft? In einem Kommando? Ja. Dann hat dich wahrscheinlich der Gauser-Frack abgeknallt. Muss ja wohl offensichtlich. Ja. Den anderen Frack, den ich ja hatte, den hätte ich jetzt fast aufs Koppel rausgebrannt. Ja, schade. Das ist sehr leicht zu treffen bei dem, muss ich sagen. Und willkommen zu Forest Colony. Auf das uns wieder Katafrakte in Stücke schießen. Hm. Das gerade eben war echt blöd, ey. Ich hätte mich nicht so lange im gleichen Takt bewegen sollen. Ja. Das ist schon im Anschluss das Match an das River City Match. Das, was wir ja leider verloren haben, aber trotzdem schön abgesandt haben. Naja, ich habe schön abgesandt. Du bist nur umgeregt. Mit Klisken. Da ist jemand ein bisschen Oldschool. Juhu. Aber mit Leadspeak. Mhm. Okay, gehen wir mal wieder typischerweise durch die Höhle. Und gucken mal, wie die von den Fracken uns dann entgegenstapfen. Ich meine, eben im Match hatten wir vier Stück von den Viechern. Ja gut, die sind gerade neu mit dem Patch. Ist ja klar, dass die alle Katafrakte spielen. Ja. Oh, guck mal. Hier haben wir auch welche. Das ist Flavor of the Day. So ist das eben. Da hinten werden schon wieder Mediumlanzen gebraten. Das ist eine Hilfe einer. 4SP. Ich hasse die 4SP. Ups, lag, lag. Ich lagge irgendwie. Ja, das sehe ich. Du stotterst dich irgendwie nach vorne. Ich bin hinter dir. Ja, jetzt bist du hinter mir. Irgendwann noch eine Handschie hinter mir. Das ist jetzt vorbei. Leggen ist nicht gut. Da ist der Handschie. Da hinten kommst du angeleckt. Der Handschie geht so raus. Nein, ich glaube ich lecke nicht mehr. Dann können wir dem Handschie fallen. Daher würde ich sagen. Ja. Und das ist schon das erste Geschoss, was mir dabei segelt. Ein anderer Handschie. Ich glaube, ein AK-20. Drei Midlaser. Ach du Scheiße. Hier ist noch was anderes. Ein Kommando. Was? Hier ist ein Kommando mit einem SM-6 und einem Mediumlaser. Ich bin mit dem Rücken. Gut, ich behake mal den Handschie. Ja, mach mal. Ich behake mal den Handschie mit. Ah, überhitzt. Nicht gut. Naja, er stimmig zum Kasten. Hier ist noch ein... Der Handschie hat sich hier an die Seite gestellt. Ich werd mal ein bisschen fliehen. Lasertaten grad weh. Ich geh in den Tunnel. Du gehst zum Tunnel? Ja. Okay. Oh, da kommt noch was anderes. Ja, genau. Wir haben hier einen Fracked. Ich hau ab Richtung Schiff. Zu unserem Team zurück. Den Dragon da hinten. Wie du so seitwärts durch die Gegend weg springst. Ich kann mich in der Luft halt drehen mit dem Sprung. Guck mal da. Ich hab einen Raven drin. Das wär eigentlich jetzt wieder über den Haufen wieder fließen. Ja, ich krieg die Raketen satt. Wenn du mitkommst, helfe ich dir ein bisschen. Ja. What the fuck, ey. Überall der Gegner. Oh, der hat eine 3L. Das ist ja gar nicht. Und der lag auch so ein bisschen. Ah, sein linkes Bein ist geschält. Das war's für ihn. Ja, der ist weg. Oh, Glückstreffer. Wir kriegen hier richtig eingeschenkt. Ja, aber ich würd sagen, wir fassen uns in den Wald und gehen dann in einen Kreis um die Leute rum. Ne, ich geh zum Schiff. Okay. Oh, was? Wie so Raketen? Unsere Jungs sind schon Richtung Base unterwegs und tappen. Da werd ich mich jetzt mit rein stellen. Ups. Moment, ich hab jetzt grad ein bisschen Selbstmord an der Orientierung verloren. Ich weiß aber, wo ich bin. Oh, Scheiße! Was machst du? Der Hunchback mit der AK-20 hat uns noch nicht vergessen gehabt. Der ist gerade mir entgegengekommen. Okay. Ich versuche ihn mal grad seine AK zu schälen. Lock den doch hier mit zur Base. Geht nicht, der rennt zu unserer. Der lässt sich nicht locken. Dafür ist jetzt ein rechter Turf geschält. Und ich hab hier Gesellschaft. Da kommt noch irgendwas anderes schweres. Alles klar. Okay, Munition hat er noch. Victory. Cap Victory. Sehr schön. Ach, eine Wohltat für meine Wärme-Tauscher. Oh ja. Und ich hab die neue Kommando-Variante. Die zweite hab ich jetzt mit den Basics dicht. Und jetzt muss ich mit dem dritten anfangen, mit den Basics. Jo, was hast du denn den her drinnen? Ziemlich Standard. Das, was ich früher immer gespielt hab als Backstab. Die zwei Medium Laser und eine SM4. Oh, das tut weh. Kann weh tun. Kann weh tun. Aber die SM... Panzer runter... Panzer runter schmeißen, KSR rein. Ja. 200 Schuss für die KSR 4. Das ist nicht behoben. Das ist, wenn man irgendwo gegen rennt, dass mein Beinpanzer weg ist. Nein, ist nicht behoben. Nicht? Und ich denke auch nicht, dass es behoben, in Anführungsstrichen, wird. Weil ich glaube, dass es Absicht ist. Wär aber unfair. Wieso? Weil du ja schon automatisch durch deinen Speed Schaden kassierst. Nein, ja. Das soll ja eigentlich nicht sein, dass er mich durch seine pure Bewegung... Aber schön, dieses, dieses, ähm... Mit der erhöhten Maximalgeschwindigkeit. Durch den XR-Rektor hab ich ja 139 oder so KPH. Mit dem zusätzlichen, äh, Pallet-Tree. Mit dem Mech-Tree-Upgrade hab ich ja jetzt 146,2 KPH drauf. Hast du den schon oben, oder was denn... Hä, du bist beim Jenner schon bei, bei Experts gilt? Ja. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen mit dem Jenner fahre, krieg ich sogar den zusätzlichen Modul-Slot. Du spielst mehr McWarrior als ich. Ja, ich spiel den Jenner halt die ganze Zeit. Deswegen hat er so viel XP gehabt. Ich spiel auch nur den Kommando du Nase. Aber ich spiel trotzdem nicht so viel wie du, verstehst du? Ja. Geht doch halt nicht. Durch die GXP, die man, äh, durch das Umwandeln kriegt, konnte ich mir natürlich alle drei Jenner-Varianten voll knallen. Was mich nervt, ist, dass du bei jedem Huckeln ein bisschen Schaden kriegst. Das nervt mich. Ja, das mein ich ja mit dem Minuspeed. Ne, wogegenlaufen finde ich nicht schlimm. Nur das mit dem Huckeln ist ein bisschen hart. Ja. Ich cap schon mal. Na, Raven. Huch. Hast du da was, ein Ziel? Ja, ein 2X hab ich hier. Tu mal rein. Das ist ein Color. Mit 5, äh, mit 4 AK5. Dann ist ein Centurion. Oh, ein Centurion hat mich bemerkt. Ich glaub ich weiß sogar welcher dich bemerkt hat. Der, der auf mich zuläuft. Und da kommt auch was anderes. Ein Carter-Fri... Ne, da ist ein Kommando. Ein Jenner kommt. Ich fass mich mal. Ich hab'n Jenner drin, ich find'n Jenner in den Rücken. Jo. Au, au, au! Ja, der Jenner hat jetzt auch von mir einen Rücken gekriegt. Ah, fuck. Ah, das ist die Schalt-Later-Variante von dem... Okay, wir müssen hier weg. Ja. Obwohl, wir kriegen grad'n Catafract zur Unterstützung. Oh, das ist gut. Dann können wir den Centurion kommen. Dann holen wir uns den direkt Jenner. Ach du Scheiß, das ganze Feind-Team ist hier. Äh, das ist nicht gut. Au! Und ich krieg hier Racken. Ich hol mir hier den Atlas. Das ist mir dann doch ne Spur lieber. Hier ist ein Kommando, der braucht mal ein bisschen Beschäftigung. Ich helfe grad mal beim Atlas. Was? Ich muss mich grad, äh, mit dem Jenner hier anlegen und dem Kommando. Jawoll. Mein Kill. Ein bisschen hier. Beim helfen. Der Kommando, ja. Ich bin auch mit dem Kommando Ziel A her. Äh, duck. Warte, was bist du da hinten? Ich komme, ich komme. Oh nein, oh nein. Catafract. Warte mit mir. Ich muss hier weg. Ich krieg so viel Schaden. Oh ja, du musst da weg. Das ist richtig. Meine Frontpanzung ist zwar noch einigermaßen intakt, aber mein Rücken ist Schrott. Oh, da ist der Kommando. Oh, von wo kommen hier für mich die ganzen Geschosse an? Gefehlt. Was? Der Kommando lebt noch? Jaja, der lebt noch. Vielleicht mal wissen, wie er es schafft. Boah, Kommando weg. Okay. Au. Ich hab hier einen Jenner, der mir Probleme bereitet. Anvisiert. Streaks. Was? Und er hat keinen Schaden geführt grade. Warte. Das war seine Frontpanzerung. Ja, seh ich. Das Schöne ist, ich lag... Aua. Kann ich auf mich schießen? Oh, jetzt ist halt stillgelegt. Das ist schick. Und weg. Sauber. Was haben wir denn noch? Ein Centurion und ein Cutter. Geh hinter dem Cutter her. Der ist Rückenpanzerung geschält. Au. Leute. Bitte nicht auf mich schießen hier. Ja, du bist... Ah, das war mein Arm. Irgendwas ist hinter mir und schießt auf mich. What? Der Centurion. Ich halt mich jetzt erstmal raus. Ich schießen zu viele meiner Teamkameraden auf mich. Du bist aber auch ein bisschen nah dran immer am Mech. Ja. Das ist dein Problem grade gewesen. Ich hab dich zum Beispiel auch getroffen mit ein paar Raketen, glaub ich. Ja. Tja. Zum Cap müssen wir erstmal den Centurion loswerden und der Centurion ist der erste Team. Ich geh mal mit Cap... Autsch, das hat weh. Okay, der Centurion hat keine Arme mehr? Nee. Der ist auch nur mit Medium Pulse, der sind bewaffnet und mit des KSR. Das tut aber trotzdem weh, wenn sie der hat. Jetzt hab ich das Gefühl, dass er mich anvisiert. Renn aus der Cap-Zone raus, du Drecksack. Das war die tolle Seite. Und das war mein Kill. Moment, hat er immer grade der Loft YouTube-Channel gesagt? Ich muss mir das Video gleich nochmal angucken. Ja, bis gleich. Bis gleich.